ja liebe feuerwerksfreunde herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal und zwar testen wir heute mal die batterie night hauler von veco das ist die umgelabelte crying wolf die hat 39 schuss und die gibt es seit beziehungsweise gab es einige jahre bei lidl in diesem jahr leider zum letzten mal ja meiner meinung nach eine sehr schöne batterie es ist halt relativ teuer mit 20 euro und deswegen habe ich auch die information bekommen dass ich die eben nicht mehr so gut verkauft hat leider und deswegen ab nächstem jahr eben aus dem sortiment dann komplett rausfliegt die war ja dieses jahr schon nicht mehr im prospekt drin und gab es trotzdem noch in einigen regionen bei lidl und jetzt soll sie eben komplett aus dem sortiment verschwinden meiner meinung nach sehr schade aber ich würde sagen jetzt testen wir sie noch einmal dann wünsche ich euch auf jeden fall jetzt viel spaß bei dem video und ich würde sagen dann schauen wir uns das einmal noch mal an jetzt Untertitelung. BR 2018